I can't feel my face Da fällt erstmal... Meine Creme runter Danke Deine Arschlo-Creme Meine Körpercreme Körpercreme Links oder geradeaus? Durch da lang vielleicht Okay, super Warte, sind eh da nichts? Ne, recht, buchze, ist so viel näher Oder? Ne, links ist näher, westen ist näher Wollen wir die ganzen anderen tippen schon wieder dann? Wir tippen Nicht eh, ich hab doch nichts zurück Die Cementer So Ach wir sind hier doch, wir werden... Ah ok passt schon Naja, ich weiß gar nichts mehr Dafür... Ja Hier ist ja nie einer Ja Roskamp Es ist genug Korni, ich aktiviere das Ding kurz. Oh nein, ist das da drinnen für den Steck? Ja, ich bin schon drinnen. Ok, dabei muss ich jetzt die Oma drücken dafür. Jetzt hätte ich hier in die Irre geführt. Ja. Die ist Irre, die Alte. Oh, ich kreis mich dabei, ich klinge schon. RANDOM! Ach, machst du gleich weiter? Ja, 270 das war. Naja. Wir müssen da hinten abroden. Safe ist da einer. Safe call. Schön, dass du jetzt schon mal ein bisschen verrätst, dass wir da kommen. Ja. Wir wollen halt schon mal auf, dass wir da schnell durchlaufen können. Ja. Seh ich auch so. Wir haben ja eh wieder viel zum abräumen. Ja, ich weiß schon. Ja, ich weiß schon. Bühner da so. Brennen! Na ja, Pico ist umgelegt. Hast dir wieder alles umgelegt. Wir müssen nach 30. Er ist hinter dir. Ja, aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Ja, wir wollen ja bloß. Ja. Ich weiß, ich kann schon wieder gar nichts. Nichts mehr laufen. Ja, so ein Fehl. Na, großer. Schuss. Also, ich hab gerade geschossen. So, hat sich angerollt, als wäre der Schuss irgendwie auf mich gegangen. Ja. Für nichts zu sagen. Wir haben dir einen Rückenstoß gegeben. Ja, lass uns mal weiterlaufen. Ja, weiterlaufen. Ja, weiterlaufen. Ja, weiterlaufen. Ja. Explosion. Ja, erstmal alles hier sauber aufbauen. In den Helikopter springen. Nein, woman. Get him through the chopper now. Na, hau. Aaaaah Lässe Augen wie Heino Hast du immer noch nicht genug du Arschloch Hehehe Aaaaah What a feeling Das ist Hellhound Curling Schießen Weil ich am weitesten rutscht Ja ist ja wirklich so Hörnst du so Nanos Arschloch Ich höre gleich meine Füße mehr Ja Nächste Zombiesickse Schüsse Ja ich komm schonmal Ja da eh Wo waren die Schüsse? Äh aus dem Neuosten Pass auf die Spinne Ob ich sie irgendwo sehe die Typen Gruppen sterben Gruppen sterben Also ist hier kein Scherz Ich hab aber grad Schüsse gehört Ich glaub die sind noch weit hinten dran noch Wo bist denn du überhaupt schon wieder Ja ich hier Ja da Oh hier wurde ein Tor aufgemacht Ander tot Ja ich komm Ah Einer ist tot Ja warte ne Ich kill den erst vielleicht Oder schmeiß Feuer hin Aufs Tor Aufs Tor Feuer schmeißen Ich hab die erstmal aufgehoben Ja Wo ist er? Am Tor Am Kitter wo man aufmacht Ja Äh Ach der ich komm gleich Oh er hat den Granaten geschmissen Ah auf 6 Einer ist tot glaub ich Ja ich hab ihn umgehauen Ja du hast den anderen umgehauen Easy AHHHHH Du drückst mal schönes Feuer obendrauf Nee 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 H merch Ach wie ich bin So eine Scheiße Ich lass dir auch zeigen What the Fuck Ja ich hab aufh gut gedroughten Vielleicht hätte einen auch genutieren Er hat die ganze Zeit voll gegen das Geländer gefeuert Ja Ich hab halt immer genauer hingeschaut, dass ich durch das Geländer feuere und hab ihn getroffen Da so ein Faggot ist, da hab ich ihn getroffen So, irgendwo ist dieser Arschloch, ich bin jetzt ein bisschen oben Haha, ich bin ein bisschen unten Da hinten ist ja noch am Tun 3, 2, 1, Feuer, Inferno Wärst du gut dafür, scheiße Maximale Nein, nein Da hinten ist der Scheiße schon wieder Henry, ich hab sie Henry, sie ist wieder weg Ja, ich schieße schon Die sind vielleicht gleich down Ja, weil wir die ja so hart angekündigt haben Wo ist die Scheiße schon wieder? Ja, das hinten unten Gleich ist sie weg Da hinten ist die Taps noch Jetzt ist sie endlich tot Aktiviert Ja, ich muss banishen, dass ich wieder leben kriege Verdammte Kacke Ich bleib endlich stehen? So Siegermusik muss nach hinten So So, mal draußen kurz diesen Mongo Fickern oder ich kann da durch dieses Ding an Ah, hast ihn erwischt Ja Ah, hast ihn erwischt Ah, ist tot Ja Ja, ist tot Ach, Leute Na ja Ein bisschen Munition sparen, da spielen, sonst hab ich da nichts Ja, hier sind überall Munitionskisten, du kannst die überall auffüllen Ah, okay Ja, hier insgesamt in diesen Gemäuern sind 3 Stück Okay, nice Vögel aufgeschreckt wurden Auf Nordosten, Nordosten Ja Ja Du sicker Bastard Ja Dieses Klavier ist einfach super Ja, ich leg mal kurz hinten die Oma um Wenn die Schüsse hoch präzise sind Ja Ja Versteck mich hier in diesem Bett Versteck mich hier in diesem Bett Warum nicht? Genug Nicht jetzt Aber hier kann man sich gut verstecken, schau mal Wo ich hier bin, jetzt siehst du mich nicht mehr Hab dich Du hast mich noch nicht mal getroffen Ja, ich hab auch über einen Kopf geschossen, ich knallte das jetzt nicht an Ach Hahahaha 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 Ehhhhh Ich muss da ein bisschen leer machen hier Ah, da liegt mir leider, ich hab's nicht gewirrt Ja, alles gut Ich komm wieder rein Machen wir Schwein weiter Machen wir Schwein weiter Frelig Was, du musst schnell Die Spinne Ja, ich bin schon an der Spinne, ich bin schon an hier dran Drück schnell Ah, Gegner So Ja Auf geht's Schwein, Mann, Schwein, Mann Wo war's denn Am nächsten Ähhhhh Ich würd' sagen 135 Ja Fuck, der macht eine Randale hier Das war's auch schon BAM Oh 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 Oh, daneben Denn da ist noch die Oma Ja Süßes oder saures Ah, ich bin die Headshot-Maschine Sehr gut Tenomi von der Highlights Das ist ja 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 Ich glaube, der kämpft, pass auf Ich merke's schon, gleich kommen die Schüsse von Von Busch raus Den Omi von der Highlights Das ist einfach das Beste Ja, den Omi von der Highlights Das ist ja das Beste Mein Dockerpot, mein OneTaps Was Ah, das ist sogar in dieser kleinen Hütten drin Nice Ah, ist einer drinnen Ja Ich hab's mir schon gedacht Warte, ich schweiß Granate rein Damit rettet aber jetzt keiner mehr, oder? Kommt da raus Hast du getroffen? Weiß ich nicht Ich fliege mal auf Sachro Loll Mal Liste anmachen Ist er noch drinnen? Möglich? Ist er noch drinnen? Ja, möglich, ja Ja, okay, gut Ja, äh, dann Bringen wir ihn um, oder? Ja, ich mach ihn grad ein bisschen verrückt Und springe hier auf dem Dach rum Die Serben mal ein bisschen Und der ist denn den Hausdruck vor mir, oder wie? Komm jetzt da rein Ich hab noch da drinnen grad gelaufen Er ist doch schon wieder rausgelaufen Und deine Krankheit auf die Paranoia Aber da war doch safe einer Ich weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung Kannst du ihm genau sagen Ah, wir haben einen Schweinemann gefunden Wo ist er? Direkt vor uns Oh, ah Nice Ja, boy Was? Hier war einer Muss gewesen sein Okay Okay Ja, ich scoole ja schon ab Und hier ein bisschen Alles sicherer machen Vier Steps Ich komm zu dir Ich komm zu dir Komm hier am Wasser Irgendwo hier Ja So, ich komm Da hinten Da hinten Ich bleib hinter diesem Ding da Zeig dich nicht so offensichtlich Ich lauf mal Ich lauf mal wieder hoch aufs Land, okay? Ja Das Springen haben sie so ätzend gemacht in dem Spiel Das ist ja kein Gott Das ist ja kein Gott Das ist ja kein Gott Ja, dann gehen wir einfach mal zum Schweinemann rein Und machen mal die Missile Action Paranoide Daniels schon wieder Ja, aber maximal Paranoid Na, ist ja ok Oder? Ja, hier ist man jetzt oben Mach mal Licht an Das ist dunkel hier wieder Fahrt Finster Fahrt Finster Alter Ja, wie man einfach die Tristen am Kopf runter hat Ich glaub ich bleib ein bisschen draußen gemacht Ah, ich seh einen Ja, aber ich lag grad da Wo siehst du Mach mal kurz dieses Scheiß-Generator aus Wo siehst du? Und zwar auf Nordwesten Gleich vor uns hinter Bei der Hütte unten Gleich vor uns Ja, ok, ok Wir sehen Alter, das gibt's drauf Ah, die Oma Scheiß Oma Mann So ne Scheiße Aber ich werd mal ne Fuse Ich hab doch gesagt da ist einer Ja, ist ok Ich muss grad den Skip abwarten Der läuft unten lang Der läuft unten lang Ja Unter uns Der ist unter Wasser Irgendwie unter uns Naja Wollen wir runter schauen Oder? Naja, lass mal weglaufen Lass hinten hinlaufen Und über die Brücke da rüber Ich geh gleich dann mal da hoch einfach Ja, guck mal hoch Vielleicht mal ganz ruhig Mach doch mal grad das Ding da weg Das da auch Jetzt hab ich irgendwas gehitiert Oh Ich geh halt nix Ja, weil auch unter im Haus ist Ja, weil auch unter im Haus ist Ja, ich komm mal wieder runter Okay Okay Ja, auf jeden Fall erstmal gucken Ich werd einfach ein bisschen Outplayen Ah, Mann Dieses scheiß Feuer Warum hängt hier mal Geschirr? Das hat halt die Zombies abgeschreckt Wollen wir ins Wasser mal unten gehen? Ja, ich schau ja von hier außen ins Wasser, dann sieht man ja auch Ja, ich schau ja von hier außen ins Wasser, dann sieht man ja auch Ich hab sie halt nix Ja, ich irritier sie jetzt einfach mal und werfen meine Fuse da hinten an Gut, ja, wollen wir wieder näher hin, oder? Achso, ja, okay, dann bleibst du da Das ist weit und breit kein Müssen wir, ich mach aber halt das Schwein ein paar weiter Ja, machen wir das Schwein bitte Aber vielleicht in der Ecke, wo du dich dann seh Ja, ja, hier Ah, rechts sieht rechts von mir aus, also irgendwo auch Also, äh, hinter mir Okay Soll er drinnen, oder wie? Nein, 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 der ist von außen, hat er grad geschossen Also, irgendwo, machen wir die Wunde aus Genau, also, äh, ich kann's seh, ich seh keine Dinge Also, irgendwo nach rechts von mir aus, also, nicht da, ja Okay Also, jetzt da in die Richtung, wo du grad läufst, da hin Da, kam der Schuss her Also, irgendwo, glaub ich, unten aus dem Wasser halt, da unten jetzt raus Da, wo ich meine Fuse hingeschmissen hab, da in die Richtung meine ich Ah, okay Hm Vielleicht, vielleicht kannst du Fuses auf dich draufschmeißen und dann kannst du viel aufgeben Ja, das war auch meine Idee Holla re, holla Dickes, nauer Nudel Ich hab die mal auf Wacht Weglaufen Ich hab versucht, grad wegzulaufen Ah, ich hör mich kurz Okay, lass uns mal ein bisschen weiter weg Ah, ich seh sie Wo? Hier, gegenüber auf Nordwesten, aber in der Hütte gegenüber Ja Ist gegangen Ja, du bist grad perfekt Und von der Seite auch noch Oh, ne, hab ich Öfters getroffen Ja Mach mal den Schweine mit dem Hänger weg Wow Muss grad nachladen Also, ich hab sie gut getroffen Ich hab sie gerade hier mal getroffen Die sind immer noch hinter diesem Holzchen, glaub ich Ne, da unten, da unten läuft grad einer Ja, hab ihn einmal getroffen Hab ihn nochmal getroffen Ja, lass mal wohnen Ja, pass auf, du Schweine Ja, danke, Mann Mach da mal plötzlich zu So ein Arschloch, Mann Ja, du hast keine Heilung gesehen Zufällig Hm Ich seh halt nix, zeig dir nicht so offen Ja, ich mach mal was anderes Ja, ich mach mal was anderes Ja, ich mach mal was anderes Komm mal zu dir Ja, ich mach mal was anderes Ja, ich mach mal was Ja, da, ich mach mal was Ja, ich mach mal das Mal kurz Munition Oh, da ist ein Healer hier schon Ja, lass mich Achtung da Schweine, Mann Ja, lass mich Auf, ja Ich glaube ich geh jetzt mal Ja, gehen wir nach Westen runter, oder? Ja, nach Südwesten erstmal hier Und ganz hinten ist auch noch einer ab einmal getroffen Wurde dann in der Hütte wieder oder wie? Ja, in der Hütte oben und ganz 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 hinten hinter der Insel auf Norden Genau, nur am Ende Ja, lasst uns vielleicht nach Nordwesten kurz weglaufen und von hinten kommen Ja, ich werde mal deine Flash leichter, also mit Schuhs dann Vielleicht ein bisschen mehr sieht Ach ja, geht ja aus Und du magst noch rechts weg Nach Osten Ja, und die Fuse-Cut dieses Ding da Ja, lass noch rechts weg nach Osten Ja, und ich mag die Schweine dabei weiter, dass die näher kommt Ok, dann mal schau ich hier außen Oh, irgendwas schießt auf mich Ich war jetzt tot Na, wo bist denn du hin? Hast du bis ganz hinten gekommen? Boah, wir müssen an Ewigkeiten laufen Ja, ich habe gerade dieses eine Ding da angezündet Die müssen halt auch nicht wegmoven, weißt? Ja, die Camper ganz hinten irgendwo Ja, das Problem ist, die sehen uns halt Ja, ja Ja, locker Ja, das Problem ist, die sehen uns halt Ja, schauen wir mal Ja, irgendwo unten war eine Metodschrift oder so Also ganz nah Ich sehe halt nichts Da wo meine Fuse halt hingegangen ist Ja, ja Von der Richtung aus Was ja Teil ist, die müssen wir hier Ja, ich sehe halt nicht Ja, ich sehe halt nicht Ja, ich sehe halt nicht Nein, es wird 1 umgelegt. Ich zünd den gleich mal an. Ja, zünd den an. 9, 9, 9. Alter, 9! Wo muss ich 9 drücken? Und komm langsam mal rüber. Ja, es sind nur 2 gewesen. Ja, ich. Ich nehme schon mal zu zweit. Ja. 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 Und hat funktioniert. Ja, ich muss irgendwie mit der Hidalke kommen. Ah Ich mach da auf Ok Ja, nimm das Ding erstmal mit Wo ist es denn? Ja So eine Heilung Ja Wie viele Leben hast du und eins gern hast du? Ja Kann man sich da hinten erzählen Wo ist ein Ausgang? Ja, laufen wir nach Norden Weil die campen bestimmt Manche campen bestimmt jetzt gerade Richtung Komm mal mit mir mit Da ist Da wird's hart jetzt Da campen bestimmt noch einer Na drin Wie macht's da? Hier gibt's keine Heilung Scheiße Ja Ja, Zombie Müssen wir halt voll aufpassen Ja Obwohl wir hinten, ja Ne, laufen wir einfach nach Norden Ich versuche mal, dass wir irgendwie in meinem Busch laufen Hm Ja Wir werden nach Norden kommen Rechts Ja, wir können vielleicht da in die Siedlung noch rein und da Leben suchen Ja, hier ist Leben, hier ist Leben Ja Ja Ah, cool Mir fehlt immer noch ein Lebenspark Okay Okay Man, diese Fuck und ich bring' jetzt um So, hat sich ausgeheinoet Ja Ja, das sind die Leute, die schießen irgendwo im Norden Ja, das sind die Leute, die schießen irgendwo im Norden Müsste auch mitbeziehen Müsste auch mitbeziehen Hier hat auch keine gecleared gut ist aufgeräumt, ja Das ist noch eine schwere Maschine. Schwere Partie. Der ist tot. Rechtsrum, rechtsrum, weiter, rechtsrum. Abstand. Das sind aber Schüsse irgendwie aus dem Nordosten. Das ist hier. Ja, ist doch cool. Wo magst du sonst hinlaufen? Ich weiß auch nicht. Mitten in die Map warten. Ja, schießen sie halt echt wie... Wir sind da bei uns, die campen da auch. Dann lassen wir halt nach Westen laufen. Ja, ok. Einfach so straight nach Westen. Wir leben am Limit. Ja. Ach, die Winfield haben sie so viel Fesse gemacht. Ja. Betteli zwei Schüsse und Winfield ein Schuss. Ja. Hatte ein bisschen Leben anscheinend. Ja. 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 Na, wie laufen wir da mitten im Weg? Mitten in Fläche? Ja. so kürzliches doppel bounty jäger wie lange schon umgelegt vier oder keine ahnung ich habe jedenfalls genug große zombies mit umgelegt ich muss kurz wieder normal laufen dass ich da sprinten könnte nach unten nach süden laufen so sieht ganz ganz tricky erst hochlaufen dann doch und runter runter laufen können kämpfen die einen immer noch da ja sie sind doch doch gekommen ja also müssten noch circa sechs spiele ohne uns noch online so rumlaufen wenn sie sich nicht umgelegt haben die bringen sich doch nicht um da kommt das so was die kämpfen so hart dass sie sogar nebeneinander kämpfen zu checken es nicht so 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 Ja, wir sind hier noch immer noch. Ja, jede Nacht kann ich meine Läge spüren. Das ist einfach so dumm. Welches Spiel war das? Snake. Das Handy Spiel? Ja. Oder? Ja. Ja, das war nicht so oft wie hier rumdödeln. Obwohl... Scheiß drauf. Schießt doch eh keiner. Das Spiel heißt eigentlich Metal Gear, glaube ich. Ja, Metal Gear. Alter, wie ich die Headshots gebe, obwohl ich laufe. Ah! Don't run and gun! Ja. Und da hinten noch beim Panzeln. Ich seh's jetzt schon. Ja. Ich mach schon mal ne Tactical Leitern. Nichts. Nichts. Hä? Was ist hier los? Wir haben schon genug, wir haben schon genug umgelegt. Ja. Dafür bist du schon mal weg. Ah! Gut gespielt. Okay. Klatsch ein. Hinter diesen Wagen. Ist auch richtig safe. Okay, ich klatsch ein. Genau. Und jetzt fahre gleichzeitig. Yes. Endlich. Wir haben ja wieder Hardcore gewaltig. 5.000. Ja, nachdem wir da ewig hin gespielt haben mit den zwei Dödeln da. Ja. Einen hast du ja da noch umgelegt. Wo der andere hin ist, der ist bestimmt, der kämpft immer noch da. Hä? Hä? Wo sind die hin? Hä? Wie? Sei mit der Uhrzeit angezeigt Günther? Hä? Hörst du sie noch? Ich kann sie nicht wiederbeleben. Wir haben 1, 2, 3, 6, 8? Ne, 6 haben wir umgelegt. Ja, das ist ja auch normal hier. Alter, wir haben ein Tier 3 Hunter umgelegt und drei Tier 2 Hunter. Und die haben uns insgesamt 2500 reingeblättert. Nice. Nice. Und Geld haben wir auch gekriegt ohne Ende wieder. Ja, und ich habe, also mein Typ hat 8830 XP bekommen, mein Account hat 1750 bekommen, ich habe 900 Zaster bekommen. Zaster. 900 Zaster ist extrem viel. Ich habe auch 900 Zaster gekriegt. Das ist gut, wenn du 900 Zaster bekommen hast. Gezastert. Da gibt es die Wetterly mit Scope, aber leider ist die Wetterly viel schlechter als die Windfield geworden. Ne, die ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht geworden. Die zittert jetzt auch nicht mehr so. Kannst du mal testen. Haben wir uns gehört. Wir sollen halt einfach den Scope nicht so kaputt haben. Man muss jeder Scope ausschauen wie der größte Scheiß. Ja, das ist halt Western-Style. Ja, Western-Style. Ich hätte einfach, wenn mir einer so eine Waffe verkauft hätte, hätte ich den einfach abgeknallt. Western-Style. Hätte ich einen Revolver gezogen und hätte einfach... Barbecue! Ja, ich bin nicht gut. Ach, das ist das. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin Schope hier. Aber du spielst eh keine Schottie Ja, ist nicht so schlimm Kauf ich ihm noch dieses Den Puckesel, dass er gute Granaten mitnehmen kann Sehr viele Granaten So was gibt es nicht Es gibt keine guten Granaten Ah, ist aber echt nicht schlecht Der Dolch und die Windfeld Äh, die Wetter, die das macht schon Spaß Ja, also meiner sitzt Determination, Doktor, Fanning Puckesel Physician und dann dieses äh Salve-Skin, also wenn du halt Verbrannt bist, dass du halt wieder Ja, ich hab jetzt auch elf Trades drinnen Ja, das ist nämlich Cool as fuck Cool as fuck Ne, ich hab